Nächste holen wir uns noch. So und die ist... Oh, wir haben eigentlich was sehen. Den da. Wer wäre dann? Der da. Oh, die übersehen. Brauche ich mich? Den kommen wir vorbei. Gibt es noch eine Schnecke? Gibt es noch eine Schnecke? Ist der... Jawoll. Ist die eigentlich wieder kaputt gehen, oder? Ne. Ein... Okay. Müssen wir noch mal gucken hier. Das will ich jetzt wissen. Was da jetzt ist... Da ist eine Schnecke drunter. Aber eindeutig. Das ist ja bösartig. Alter, wie viel ist denn das? Und dann ist es nur... Egal. Wir nehmen sie mit. So. Da stehts Auto. Das heißt, wir müssen jetzt all wieder runter. Ey, haben wir weit vorher schon übersehen. Was? Wir müssen ein ganz schönes Stück zurück. Boah, ein kleine Steinmeister. So, wir müssen jetzt mal sehen. Sie müssen wir ein ganz schönes Stück zurück. So, wir müssen jetzt mal sehen. Boah, der Kleiner Steinmeister. Die gelbe Schnecke könnte man zu noch gleich noch grellen und die grüne da hinten. Jetzt ist der Stein weg, jetzt gibt es ja, jetzt ist er wieder da. So, holen wir uns erstmal die da oben. Oh. So, die haben wir, und die haben wir jetzt. Oh, ist das Auto da, ist das Auto. Da, 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 da. Ist okay. Okay. So, wir müssen jetzt irgendwie da oben rüber. So. Das heißt, wir müssen irgendwie da hoch. Clever, dass ich hier runtergefahren bin. Oh, sieht so gut aus. Stimmt, das ist hier der neue Wald. Den haben sie schon geil gemacht, muss ich sagen. Was für Schnecke? Ne, keine Schnecke. Es sah bloß aus wie eine Schnecke. Und da müssen wir weiter hin. Ah, ist es. Eieieie. Echt jetzt? Danke. So, da holen wir hin. Und die Meme ist auch fertig. Hier war noch eine Schnecke irgendwo. Es lohnt sich ja richtig hier. Was kann man denn jetzt eigentlich? Noch eine Festplatte. Zehn Stück. Sieben, eine. Oh, ist okay. Okay. Ist da. Und jetzt müssen wir da hin. noch. So, das heißt. So. Einmal. Leider noch. noch. Ja. noch mal. noch mal. Sehr schön. noch mal. Lade noch. noch mal. So. 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 sammeln. Nehmen wir alles ein. hier. Hier. noch. noch. noch mal. 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 mal. so. der. noch mal. weiß ich ob man das brauchen die stimme auch noch nicht her 1,8 es ist ja dafür dass es so teuer ist 1 pro minute gut kommen dann 2 raus wo die mehr hat es ja das macht keinen sinn oder so kriegen wir gleich einen sprit raus 40 pro minute 4 sprit und 3 davon auch 6 6 davon auch 6 davon macht keinen sinn biocohle weiß ich nicht ob wir die brauchen ich glaube eher nicht ne gut da brauchst du dann bloß 10 davon 10 davon 7 davon 1 davon wie nehmen wir das hier ok und zack nächstes Rezept äh genau genau dann den den wo war er jetzt schon wieder hier ich habe ihn doch genau gehört keine ahnung achso jetzt müssen wir den noch finden den da zack weg so wo ist die nächste hier haben wir die zwei hätten wir hier noch weiß ich gar nicht für was ich die hatte die zwei hätten wir noch jetzt auf die schnelle jetzt auf die schnelle was ist da ich glaube ich mitten in der wüste ich glaube ich mitten in der wüste ich glaube wir kommen ja nicht weit oder wir gucken hier nicht weiter das sieht besser aus hm nö das nicht noch irgendwas übersehen jetzt hier im Moment ne ne sieht nicht so aus weiß ich immer noch nicht wieviel Rezepte es eigentlich gibt ich will die Luft nicht umfahren wer weiß für was muss er noch brauchen hm 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 mm es geht ja, geht da sehe ich nichts ich habe gerade gedacht, ich habe mir jeder eine Schnecke gesehen aber nö warum ist das so ne, das ist bloß so ein Felsen, der vernünftig gerade ist oder? na ja so, da müssen wir mal gucken wir haben mal den bloß die das ist ja einfach allerdings ist es wieder blöd, wenn die immer abhauen oh bitte was schon, wie war okay Was ist das? Geht ganz schön viel Munition drauf. So, was ist das? Der ist noch ein bisschen dort. Okay. So, wieder eine Festplatte. Markierung und Gesetzes müssen wir bloß noch wissen. Wo sind die Gesetze? Es ist nicht hier. Da steht er. Da ploppt er nochmal auf. So, die hauen wir. Ah, Signale. Ach, so eine Festplatte. Wie spät ist das? Ja. Schaffen wir noch. Jetzt gucken wir erstmal. Was haben wir denn hier nicht schönes? Fliegen? Fliegen ist nicht so schlimm. Fliegen kann man austricksen. Fliegen tricksen wir aus. Wird hier ganz dicht dran sind. Na, komm. Es schwindet. Ich glaube, wir sind zu dicht dran. Ich glaube, wir sind nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind nicht so schlimm. Das war's für heute. Oh, die spawnen die jetzt heute nicht. Na komm. Keine Ahnung, entweder war ich zu dicht dran oder... Man weiß es nicht. Na? Na du? Was hast du ab oder haust du nicht ab? Hehehe. Noch füttern müssen. Hehehe. So, was haben wir denn noch? Boom. Oh, das ist ja. Boom ist kein Problem. Okay. Noch einmal. Dreimal. Ein bisschen Mast hinstellen. So. Fertig. Schauen wir mal. So. Es gibt mir mal dener. Ne, Quatsch. Dener. Äh, die Mem. So. Naja. Das ist vielleicht interessant hier. Kommt zwei raus. Fünf pro Minute. Da macht es 7,5 pro Minute. Äh, Raffinerie. Wieso eigentlich? Der will mir unbedingt das Rezept verkaufen, oder? Da habe ich kein Wasser da hinten. 7,5. Mach mal fünf pro Minute. Gummizeug und... Wir nehmen das. Haben wir noch keine Produktion aufgebaut, also von daher. Achso. Westbladder. Werden sie noch einmal mehr. Ja. So. Okay. Okay. Eine Markierung. Setzen. Ne? So. Haben wir. So. Warte mal. Hat er hier irgendwo gerade eine Markierung gesehen? Ich glaube das war da irgendwo irgendwo. centiv Art. Oh. Was es auch die cook gì? Ich bin noch immer wieder dabei. Leise. E Dean tut dir meinedepende? A herzlich wert. Das waren eigentlich erst mal die Festplatten, die ich so gefunden hatte und noch ein paar mehr. Die haben wir schon. Ah ja, da will ich hin. Jetzt fahren wir da noch ein Stück rüber. Ja, das ist schön, dass er mich hier nicht zeigt. Fahrzeug. Da müssen wir irgendwo hin, da oder da. Okay, jetzt fahren wir Bahnhöfe. Ölzug. Aber hier, wo muss das sein? Ah ja, da ist noch eine Markierung. Jetzt haben wir aber schweigen gehabt. Hmm. Weil mit so viel Gemüse sieht es teilweise nix hier. Oh ne. Das fehlt mir jetzt. Guck, Nummer 3. Ja, guck. Nummer 3. Das ist die Nummer 3. Ist ja nicht wahr. So. Da bin ich mal gespannt, was mit dem Dinger wird. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Ich habe das. Untertitelung des ZDF, 2020